so irgendwo hier hat man eine m ich glaube in der 1 in der 2 so quats ich kann mich das immer durch hat ihre steht die kümmer super computer können wir noch gar nicht gar keine rezepte das heißt aber wir müssten mal diese highspeed anschlüsse basteln die produzieren wir auch nicht es gibt anschlüsse na ja platinen platinenraum oder schon irgendwo wir haben 50 stück war da haben ne die müssten wir eigentlich gleich haben ne haben wir nicht ja ja ich glaube so viel wollte man noch nicht ich glaube das reicht ich möchte eigentlich die geothermalkraft wenn wir mal langsam bauen oder kann ich die sogar schon weiß ich gar nicht ich glaube du窮 Best es hilft es in der groß für die ne brauche ich jetzt nix technologie städige jetzt hat wieder fünf minuten eigentlich nicht dann müssen wir echt noch welche machen damit die tüge überhaupt in der hand bei überkönnen sind wir gleich gemacht Die stellen wir ja auch noch nicht hier. Müssen wir auch noch mal ein Ei hier. Wenn wir aber soviel Carterium brauchen. Da werden wir, glaube ich, ein Fließband darüber legen. Das kann ich für immer noch mal holen. Drei, ein, zwei. Was haben wir gerade? Das haben wir schon in der Carterium. Da haben wir schon alles. So, Computer haben wir ja. Ah, Computer. Jetzt ist die Dinger wieder gekommen. Computer. Hä? Ich weiß, dass wir welche herstellen. Ah, sind sie doch. Wie viel holt der da jetzt? Weiß es gar nicht. Drei. Die zwei. Katerium. Ja, haben wir genug. Da brauchen wir noch diese High-Speed-Anschlüsse. Und mit dem weiß ich gar nicht. Und mit dem weiß ich gar nicht. Da brauchen wir 50. Da brauchen wir 100. Da brauchen wir 100. Können wir noch mal 100 machen. Und dann ziehen wir das jetzt schnell durch. Die Speed-Anschlüsse. So. Und da. 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 Kupfer und Gummi, was brauche ich denn, den brauchen wir sowieso. Kupfer, ein paar Platten mit, bisschen Gummi nehmen wir noch mit. Gummigummi. Was ist denn da Plastik, ist es da Gummi? Die Mem ist fertig, sehr schön. Was brauchen wir jetzt dafür? Hä? Moment. 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 Wo ist jetzt? Da unten ist ein Radar, ich will da kein Radar anbauen. Warte mal. Ich habe da jetzt glaube ich eigentlich. Aber jetzt kann ich es. Jawohl. Wir haben super Computer, wir haben Gummi, wir haben die Dinger einstecken. Und machen tut er bis zu 150. 600. Alter. Alter. Das heißt, wir werden jetzt mal zu Fuß wieder darüber marschieren. Und dann gleich so Gier- und Thermalkraftwerke aufbauen. Da war nämlich eine ganze Menge glaube ich in der Nähe. Da haben wir jetzt genug Kupfer dabei. Ja, unbedingt. Vor allem genug Kabel haben wir dabei. Zum Kabel. Die werden wir jetzt brauchen. Die werden wir auch brauchen. So. Okay. Wir hätten eigentlich das Auto mit hernehmen können. Ich muss noch eins bauen. Aber allerliebst. Genau. Da arbeiten wir hin. Ein bisschen Sparit rein. Jetzt haben wir jetzt das andere Jetpack wieder brauchen. Nehmen wir auch noch ein bisschen Sparit. Töck! Ah, Tobi. Töck! Töck! T-Töck! nicht reinstecken man weiß es nicht bevor wir das machen muss ich doch leider hilft nichts dass man da wo der kaiser zu fußchen geht in sache ich bin es gleich wir haben ja so ein strauss in europa morgen ich glaube ich bin komplett auf der falschen seite dort auch hier irgendwo wir sind auf der falschen seite das war glaube ich da irgendwo irgendwo da ich hab da schon mal strommasten hingezogen hier ist es da hinten sehr schön dann ist ja gar nicht so weit weg kurz durchs gift durch und dann ja wohl speicher für mich die braucht jetzt los gucken ob hier noch irgendwelche viecher rumrennt das eine und da hinten ist noch einer strom geothermal da hinten ist noch einer da ist noch einer da ist ja es ist ja wieder der weiße ich weiß es ist ja wieder der weiße da ist er doch wie lange noch So, ist der jetzt noch da oder ist der weg? Er ist weg, okay Mal gleich die Pilze mitnehmen Und noch mitnehmen So, äh Okay Das ist halt bloß nicht, was das für Erne ist Äh Äh Nimm mal da Nimm mal da Und da ist auch noch ein Strom Wie viele haben wir jetzt hier? Oh, das ist ein, glaube ich, gute Okay 27 Oh, ja Oh, wo haben wir noch welche haben? Irgendwo da hinten waren noch welche Auf dem Weg in die Wüste waren auf alle Fälle noch welche Genau Ja, 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 ja Da gehen wir jetzt dran vorbei Was heißt, aber wir müssen doch gleich noch Strom mit hinterziehen Also Sind wir dann zu Fuß unterwegs Gut, Strom, den leiten wir dann gleich hier durch Denk ich Denk ich Äh, wir ziehen eigene Mast Ja, ja, wir müssen doch mal da hoch Ja, wir müssen doch mal da hoch und dann haben wir auch gleich bisschen strom genau das ist eigentlich nur in richtung explorer dann kommen wir da an dem schon mal dran vorbei was ist hier was haben wir da schönes das holen wir uns auch gleich ein durchgang ok nein Ach, da kommen wir durch das Giftgebiet, wo wir gestern so glorreich untergegangen sind. Ich weiß nicht, dass du dieses wichtigste Artefakt gefunden hast. Kompli! Ja. Tausend Meter, das kriegen wir doch. Äh, den da? Hm. Hier können wir eine schöne Bahnstriche durchbauen. Da müssen wir dann sowieso irgendwie hier durchziehen. Hm. Hm. Oh, da rein. Hä? Aber eigentlich ist doch Wasser irgendwo, oder? Ja. 300 Meter. Und die Richtung ist ja gut. Die Richtung ist ja schon mal nicht schlecht. Wir haben auch noch mal eine runde Schwefel. Jawoll. Geh weg. Da unten müssen wir hin. Da haben wir, genau. Da haben wir noch vier Spots für Strom. Äh, ok.